Lumos Liebe Susanne, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dein Geschenk, für dieses schöne Diamond Painting. Ich freue mich schon sehr, wenn ich das anfangen kann. Aktuell sitze ich noch an einem anderen, aber ja, es ist so cool, dass ich so viele von diesen Diamond Paintings jetzt habe, die alle auf mich warten. So, genug Nerdstuff, ich wünsche dir und auch allen anderen viel Spaß mit dieser deiner Folge Lifesaver. Kapitel 4 Alles ist zu viel Ginny und George kamen erst gegen späten Abend wieder im Fuchsbau an, bevor Molly ihre Tochter auch nur ansatzweise Löcher in den Bauch fragen konnte, war diese bereits auf ihr Zimmer gerannt. Seit langem benutzte Ginny mal wieder das Weihnachtsgeschenk von Hermine, einen Muggel-MP3-Player. Auf voller Lautstärke schob sie sich die Stöpsel in die Ohren und verkroch sich unter die Decke. Ihre Lieblingskünstlerin, Christina Perry, dröhnte sie mit Musik voll, in der Hoffnung, die Gedanken zum Schweigen zu bringen. All diese Fragen und Vorwürfe in ihrem Kopf. Würde der Elf sie verraten? Wie sollte sie das gemeinsame Schwimmen überstehen? Severus lebt und ist wohl auf. Doch warum hatte er sich nie gemeldet? Und warum zu Merlin hatte George sie nicht vorgewarnt? Mit düsteren Gedanken fiel sie in einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen war Ginny schon früh wach. Albträume hatten sie die Nacht gequält und sie wollte heute einfach ihre Ruhe. Schnell sprang sie unter die Dusche und zog sich wieder eine Jogginghose und einen dicken Hoodie an. In der Küche traf sie auf George, er las gerade einen Brief. Morgen, sagte sie brummend, und der ältere Weasley hob seinen Kopf. Er schenkte ihr ein warmes Lächeln und reichte ihr einen Umschlag. Von Hermine. Das ist eine Einladungskarte. Ginny verdrehte die Augen. Warum gab er ihr den Brief, wenn er doch eh schon wusste, was drin stand? Sie schnappte sich ein paar Pasteten und etwas zu trinken, stopfte alles in ihrem Rucksack und ging zur Tür. Dann nahm sie ihren Besen und verließ den Fuchsbau. Die junge Weasley schwang sich auf ihren Besen und flog in die Lüfte. Sie ließ sich erst ein Stück vom Wind tragen, bis sie den Friedhof ansteuerte. Sie war lange nicht mehr bei Fred gewesen, und heute fehlte er ihr umso mehr. Am Grab ihres Bruders angekommen, legte sie frische Blumen ab und säuberte den prachtvollen Stein. Mit Magie ginge das bestimmt schneller, aber Ginny hatte seit der Schlacht keinen aktiven Zauberspruch mehr genutzt, außer zum Fliegen. Manchmal glaubte sie, die Magie hätte sie verlassen. Nachdem das Grab wieder ordentlich aussah, setzte sie sich auf den Boden und las die Karte. Wir laden ein zu unserer Hochzeit. Ronald Weasley und Hermine Granger. Am nächsten Neumond auf Hogwarts. Ginny blieb die Luft weg. Hochzeit? Auf Hogwarts? Was um Merlins Willen war in Hermine gefahren. Sie wusste, wie Ginny zum Schloss stand. Ihre Eltern werden sie nötigen, hinzugehen. Was sollte sie denn nur tun? Ihre Gedanken rasten wieder, und der Drang, sich selbst zu verletzen, wurde wieder stärker. Sie wusste, sich nicht anders zu helfen und setzte sich auf den Besen. Rasend schnell flog sie hoch, nur um in einem Sturzflug wieder nach unten zu jagen und kurz vor dem Boden abzubremsen. Es war zu viel, viel zu viel. Alles überforderte sie. Sie hockte sich auf den Boden und schrie all ihren Schmerz hinaus. Der Schrei war laut und voller Emotionen. Tränen rollten über ihr Gesicht, aber es tat gut. Es war befreiend. Ein Rascheln hinter ihr ließ sie aufschrecken. Im Schutz der Bäume erkannte sie niemanden. Wer ist da? rief sie aggressiv. Plötzlich sah sie Blaze Zabini. Was wollte der denn hier? Kapitel 5 Trauer verbindet Blaze rollte mit seinem Rollstuhl auf mich zu und grüßte mit einem Nicken seines Kopfes. Ich nickte ihm kurz zurück, dann schaute ich wieder auf das Grab meines Bruders. Was machst du hier, Blaze? Fred besuchen. Wusstest du, dass er mir Nachhilfe im Fliegen gegeben hat? Nur durch ihn war ich so gut. Er war immer hilfsbereit, egal welchem Haus man angehörte. Im Gegenzug haben wir ihm immer Informationen weitergeleitet für den nächsten Prank. Ich sah schweigend auf das moosüberzogene Kreuz. Ich wusste, dass mein Bruder hilfsbereit war, aber das mit der Nachhilfe ist mir neu gewesen. Fred war immer mein Vorbild. Tränen sammelten sich in meinen Augen, aber ich wollte nicht vor Blaze weinen. Aus dem Augenwinkel nahm ich seine Bewegung wahr. Er zauberte eine Rose und ließ sie auf das Grab fliegen. Du hast deine Magie nicht verloren? fragte ich ihn neugierig. Blaze sah mich etwas verwundert an und schüttelte den Kopf. Nein, du etwa? Ich sah stumm zu Boden und nickte. Still flossen jetzt doch die Tränen über meine Wangen und hinterließen eine heiße, salzige Spur auf meiner Haut. Blaze murmelte ein Oh. Dann schwiegen wir beide. Irgendwann wurde es doch kühl. Der Sommer war vorbei und das ließ mich der Herbstwind jetzt spüren. Willst du ein Butterbier trinken gehen? Nein, ich meine, fahren, also. Blaze lachte und nickte. Mann, war das dämlich. Ich stand auf und stellte mich mit einem fragenden Blick vor ihn. Sein Lächeln sagte mir, dass es in Ordnung war, seinen Rollstuhl zu schieben, und so gingen wir gemeinsam zum Ausgang und spazierten den nicht allzu weiten Weg nach Hogsmeade. Ich war seit damals nicht mehr hier gewesen. Unsicher klammerte ich mich an den Griffen fest und blieb zitternd stehen. Hey, Jin, ist schon okay. Wir können auch woanders hin. Ich kenne einen kleinen Pub in Spinner's End. Ja, ja, bitte, ich kann nicht hier sein. Er nickte und wir apparierten. Ich wusste nicht mal, dass das mit so einem Ding möglich war. Als ich wieder Boden unter meinen Füßen spürte, öffnete ich die Augen und fand mich in einer dunklen Gasse wieder. Blaze rollte vor und ich folgte ihm, jedoch immer noch die Umgebung beobachtend. Vor einer alten kleinen Taverne blieb er stehen und öffnete mit einem Alohomora die Türe. Etwas neidisch war ich schon, ich vermisste es zu zaubern. Magie machte einfach alles einfacher im Leben. Gemeinsam betraten wir den heruntergekommenen Pub und machten es uns an einem kleinen Tisch in einer Ecke gemütlich. Blaze orderte zwei Butterbier und ich rief dem Kellner noch hinterher, dass wir bitte vier Shots haben wollen. Blaze sah mich schockiert an. Die kleine Miss Weasley trinkt? Dass ich das noch erleben darf? Ich lachte. Viele dachten immer, weil ich das Küken der Weasleys bin, würde ich auch total lieb und gehorsam sein. Ja, ich trinke. Und manchmal rauche ich sogar Muggelzigaretten. Und wenn es gar nicht anders geht, auch gerne mal das Kraut von Professor Sprout. Jetzt konnte Blaze nun wirklich nichts mehr sagen. Ich lachte herzhaft auf. Ich habe schon ewig nicht mehr so gelacht. Danke, Blaze. Der Kellner brachte uns zurück Getränke und Blaze nickte mir nur mit offenem Mund zu. Ich nahm mir zwei der vier Shots und kippte sie nacheinander hinunter. Der Alkohol brannte sich in meinem Magen, aber ich liebte es. Blaze klatschte anerkennend und machte es mir nach. Er schüttelte sich und ich lachte ihn aus. Loser! Blaze schaute beleidigt und ich kippte das Butterbier nach. Wir tranken echt viel und blieben sehr lange. Genau genommen, bis der Wirt uns hinauswarf, da er schließen wollte. Blaze, ich will was Verrücktes machen. Lass uns Snape besuchen. Der junge Mann war genauso betrunken, nur musste er sich ja nicht auf den Beinen halten. Er nickte lachend und kurz darauf klopften wir wild bei Severus an der Tür. Snape machte uns in einem sehr altmodischen Bademantel die Türe auf und wir prusteten sofort los. Bitte sagt nicht, dass ihr betrunken seid. Habt ihr eine Ahnung, wie spät es ist? Wir lachten immer noch und bekamen uns kaum noch ein. Irgendwann holte ich Tiefluft. Nö, wir sind noch nicht betrunken. Sofort lachten wir wieder und Severus massierte sich seine Nasenwurzel. Er zog uns einen nach dem anderen ins Innere des Anwesens und fluchte vor sich hin. Er brachte Blaze in eines der vielen Schlafzimmer, da der bereits im Rollstuhl eingeschlafen war, und mich verfrachtete er ins Wohnzimmer. Ich machte es mir auf der großen Couch gemütlich. Ich weiß nicht, wann ich eingeschlafen war, aber ich wurde wach, als ich spürte, wie mich jemand zudeckte. Verschlafen öffnete ich die Augen und sah in das besorgte Gesicht von Severus. Zieh mich nicht so an. Ich bin volljährig und darf mich betrinken. Er schüttelte den Kopf und streichelte mir über meinen Schopf. Bitte geh nicht weg. Bleib bei mir und verlass mich nicht wieder. Bevor er antworten konnte, war ich bereits eingeschlafen. Den Kanal und mich kannst du durch Paypal, die Amazon Wishlist oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen. Hier hast du tolle Vorteile, Geschenke und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana Deine Jana